Die WM steht vor der Tür und wir spielen heute den Gewinner aus. Wir repräsentieren verschiedene Länder. Die Favoriten könnte man sagen. Ich, heute Frankreich, Brasilien, Almanland, der Spanier. Und mein Team weiß Bescheid. Was? Mein Team weiß schon Bescheid. Und er repräsentiert heute den Rest der Welt. Dass Düsseldorf United ist? Boah, Junge. Okay Freunde, also eine kleine WM-Challenge mit zwei verschiedenen Disziplinen. Und ihr könnt schon mal gerne in die Kommentare schreiben, wer diese WM gewinnen wird. Hashtag Brasilien. Na, Bruder. Hashtag Deutschland. Hashtag Deutschland. G-E-R, Leute. Gerr. Let's go! Und erste Challenge direkt ohne Ruhm. Let's go, komm. Meine erste Challenge ist ganz entspannt Freistöße schießen. Da haben wir einen Spezialisten unter uns, oder? Ja. Ja, du bist das? Elin, okay. Toris. Okay, Freunde. Ich hab schon einen Stein gemacht. Der guckt da, ne? Der kennt die Tricks noch nicht. Der kennt die Tricks. Aber solange der nicht da war, Bruder, dann weiß ich nicht. Ich schiebe als letztes. Ich gehe jetzt ins Tor. Ich werde meine Ehre wieder herstellen. So, das, was in dem Bail Video passiert ist, das wird nie wieder passieren, Leute. Nach diesem Video werde ich rehabilitiert sein. So, ich bin mal wieder der Erste. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich in den letzten Videos immer der Erste bin. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Stere, Stein, Papier geben. Zuhause alleine. Hm? Freunde, Brasilien ist jetzt am Start. Ihr seht, meine Haare sind schon richtig crazy. Aber der sitzt. Oh mein Gott. Skorpiens Schuss gegen den Außenpfosten. Spidey, Mann. Das wird mir doch eine Freude jetzt hier vom Arnis zu halten, Leute. Ich zeig jetzt mal allen, wie das geht. Immer wenn ich Ansagen mache. Es wird mir doch eine Freude jetzt hier, den V.A. nicht zu halten, Leute. Halt dein Maul. Meine allerletzte Ansage. Ich mache nie wieder Ansagen. Hier, bitte schön. Danke. So Freunde, Sri Lanka ist schon in Führung. Torwart ist auch jetzt schon geschwächt. Das heißt, Deutschland zieht direkt nach. So, gut, Kai. Hat er schön gefischt. Hat er schön rausgefischt. Aber auch nicht optimal, der Schuss. Hat er. Oh mein Gott. Ja, war geil, oder? Lass kein Like da. Spaß. Lass ein Like da. Freunde, Spanien und Sri Lanka. Sri Lanka, ojo. Spanien und Sri Lanka haben schon vorgelegt. Aber jetzt kommt Brasilien. Ventil ist nach oben gestellt. Freunde, jetzt gibt es ein schönes Tor. Die Ehre muss wieder hergestellt werden. Fürs Vaterland. Das Vaterland ist wieder nach, Freunde. Wir müssen natürlich auch den Anschluss halten, ne? Weil Sri Lanka ist der Geheimfavorit für diese WM. Hugo Loris schießt jetzt der Freistoß. Oh mein Gott. Vielleicht ist es nicht Loris, sondern doch nur Loris Karius. Spanien kann jetzt das 2 zu 2 holen und damit, äh, die anderen Leute unter Druck setzen. Quasi andere Länder unter Druck setzen. Genau. Mit einer Hand. M-Sage. Ist das Karius oder ist das Karius? Nee. We are in. Welcher Brasilianer spielt mit dem linken Marcelo? Jetzt kommt ein Marcelo-Schuss. Mach ein. Freunde, Brasilien ist richtig am Schächeln. Das sieht nicht gut aus. Hört mal zu jetzt. Richtige Ansage. Ich gehe in Führung. Boah. Guck mal, hier ist das Tor. Hier muss man fest. Ha, ha, ha. Kann doch nicht so. So, Freunde, Deutschland geht jetzt in Führung. Ganz klassisch. Mesut. Invincible. Oh. Oh mein Gott. Immer noch 0 für Frankreich, Leute. Und Brasilien. Scheinbar Brasilien und Frankreich, doch nicht so Favoritenrolle wie gedacht. Egal, jetzt. Boah, haut der auch richtig rein, der Holzi, ne? Der Manu. Die zweite Challenge ist jetzt, wie ihr seht, seht ihr diesen, dieses blaue Teil, da machen wir mit dem Bau, mit dem Bau hier, mit so'n Teil hier, da schießen wir davor. Guck, so'n Lärm. So, so. Da schießt er einfach ganz easy so, ja? Also Doppelpass alleine eigentlich, ja? Guck, was mit dir selber quasi. Das steht gerade, eins für Deutschland, eins für Spanien, eins für Sri Lanka. Null für Brasilien und wir sind hier genau. Aber es ist ja so, dass die Favoriten dann doch nicht performen. Nee, das ist die zweite Halbzeit. Die kommen am Ende noch. Ach stimmt, die kommen immer am Ende. Die kommen dann richtig mit Zug. Bam, Junge. Das ist ein D-Zug, Junge. Bam! So, ich darf jetzt mal wieder schön vorlegen und baller den jetzt richtig rein. Bye, have a great time. Freunde, Brasiliens erstes Tor kommt jetzt, mit Ansage. Oh nein! Die Crossbar-Challenge dominiere ich heute mal wieder, Freunde. Nice. Oh, ey, 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 ey. So, keiner ist damit gerechnet, dass Sri Lanka heute da so in Form ist. Wo warst du die ganze Zeit, Bruder? Ja, ich hab heimlich trainiert. Ja, man merkt, man merkt, Bruder. Ich hab heimlich trainiert. Ich war überall auf der Welt unterwegs, hab trainiert. Ja. Wo warst du für Trainingslager? Was warst du so gewesen? Ich hab in Deutschland, hab ich diese Teamfähigkeit gelernt. Ah, okay. In Brasilien hab ich bisschen diese... Technik, ne? ...Wallfertigkeit und Techniken gelernt. In Spanien... Boring! In Frankreich hab ich Baguette-Essen erlernt. Ja, ja, ja... Immer meinen Respekt, Liga. Oh, danke. Ich hab hier noch ein Zeug. Was sieht das? Falls er mal seinen Namen vergisst, hat er hier. Anis. Das haben die Eltern ihm geschenkt, falls er mal verloren geht, weißt? Ja. Ist wie bei Hund. Bitte zurückgeben an dieser Seite. Deutschland, Junge. Fürs Vaterland. Frankreich, Frankreich. Baguette-Promage. Der war nicht, der war nicht. Ey, da schieß ich mal Toren, da betrügt mich sogar mein... Der war nicht, der war nicht. Ich dachte, wir wären auf einer Seite. Dann macht er diese. Ja, das war's. Du hast den Prümerbein gebraucht. Da macht er direkt das Tor. Neymar Junior in der Haus. Halt den Sack zuzumachen, oder? Halt den Sack zuzumachen! Wolltest du mich verarschen, oder? Oh mein Gott. Ich würde sagen, Sri Lanka ist im Finale. Congratulations, Brasilien. Brasilien wünsche schon alles Gute im Finale. Danke schön. Deutschland ist wieder da, Freunde. Mehr Winkel gegen mich. Deutschland ist wieder da. Brasilien muss da echt sagen. Der war geil. Mesut Özil ist der, Freunde. Mesut Özil. Aber ich muss doch sagen, wem gehört das, Triko? Ich glaube, das habe ich von meinem guten Freund. Stopp! Ich fange jetzt wieder an, letzte Runde. Ich muss jetzt noch das Tor schießen, damit ich noch eine Chance auf den Titel habe. Oh mein Gott. Spanien hat den dritten Treffer, genauso wie Sri Lanka. Ich kann eigentlich nur noch Dritter werden. Aber komm mal runter. Komm mal, komm Bruder. Früher Sri Lanka, guck mal wieder. Oh mein Gott. Verdammt Deja Vu, Digga. Den ersten hast du immer so daneben. Oh mein Gott. Spanien und Sri Lanka stehen auf jeden Fall schon im Finale. Aber Deutschland hat jetzt nochmal die Chance, auch ins Finale einzuziehen vorne. Wer kennt es nicht? Das klassische Finale bei der WM mit drei Teams. Boah. Was geht, Leute? Rechts der Winkel, links der Winkel. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Habt ihr noch Schützen-Tor haste gewonnen. Soll ich die Torhandschuhe an den Nagel hängen, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Ja. Wir sind raus. Spiel und Platz. Letzter. Wir gönnen uns einfach zusammen den Letzten. Ja, wir essen Baguettes mit brasilianischem Steak. Es war schön was essen. Komm, komm. So, Freunde. Jetzt geht's noch ins Staten Death. Sri Lanka, Spanien und Deutschland. Wir spielen die gleiche Challenge jetzt noch zu Ende und werden einen Sieger ermitteln. Und derjenige gewinnt höchstwahrscheinlich auch die WM, ne? Ja. Okay. Oh mein Gott. Ich mach den Sack jetzt zu. Oh mein Gott. Nö, was? Lope. Wow, wenn ihr den jetzt triffst, zu. Oh mein Gott. Gadi. Ha! wir nehmen das zurück ich nehme mein auge zurück Ich bin nicht schämt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Checkt die Boys aus. Strikey, Anisie und der Bra. Und wir sehen uns in der nächsten Fußball-Challion. Peace, Freunde. Schau rein. Ciao, ciao, ciao. Klack. Ja. Ja, Alter. Und jetzt alle mal ein fettes OMG in die Kommentare dafür, dass Anis gewonnen hat. relevant werden. Und jetzt damit nochmal ein bisschen Maak. Und jetzt malkzwischen re节線 Facebook. Doch hin Certains. Das Ziel sehr viel. Das Ziel ist es so. Kann man noch什麼 braucht. Dann war einer Alters. Die Bl confident. WDK-DB zwei Teasüber. Das Ziel ist Wh cicc dan kreie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020